Ganz verboten, meiner Meinung nach, wie gesagt, da würde ich mich da mit dem Karl Streiten, der gestern im Vortrag gehalten habe, ganz verboten ist Mulchen bei Himbeeren, das ist der Tod der Himbeere. Der wichtigste Feind der Himbeerpflanze ist Pythophthora. Das ist ein Pilz, der sich im Boden genau dann verbreitet, wenn er kühl und nass ist. Im Herbst, Winter und Frühjahr. Wenn Sie da so eine dicke Mulchschicht drauf haben, dann müssen Sie zwar weniger jäten, das verstehe ich, wobei die Himbeeren irgendwann so dicht wachsen, dass da auch nicht mehr viel kommt. Aber das Problem ist, dass genau darunter viel längere Werte der Vegetationsperiode nass und kühl ist. Und das ist die Feindophthora. Wenn wir schauen, wir haben Reklamationen von Leuten, die schreiben, ihre Himbeerpflanzen gehen kaputt und die haben die Symptome der Feindophthora, das ist, wenn die von der Spitze hier rein dürfen, langsam kaputt gehen. Fast in den meisten Fällen sind die gemulcht worden. Das darf man nicht machen. Was man bei Himbeeren kann, ist im Frühjahr ein bisschen Kompost, zwei Zentimeter ausdrehen, gleichmäßig verteilen und ein bisschen einhacken, oberflächlich. Da müssen Sie keine Angst haben, dass Sie die Wurzel verletzen. Es ist gut, wenn Sie die Wurzel verletzen, weil Sie zerschneiden, und die Wurzel treibt nachher aus und bringt neue Triebe. Sie haben nachher mehr Triebe, wenn Sie die ein bisschen verletzen. Also es ist was Gutes, so ein bisschen Kompost einbringen, aber eine Mulchschicht auf Himbeeren ist so ungefähr das Schlimmste, was man tun kann. Dat ist ja nicht so hoffen, dass Sie die Wurzel verletzen würden. Wurzel erzählen und mit ab, kann es nur ein bisschen weit. Vielen Dank.